Der Internationale Gewerkschaftsbund hat in diesen Tagen Solidaritätswochen für die Demokratiebewegung in Swaziland organisiert. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund wird sich an diesen Solidaritätsaktionen auch beteiligen. Swaziland, das ist ein kleines Land im südlichen Afrika, von dem viele eigentlich nur wissen, dass es von einem absoluten Herrscher regiert wird und 1,4 Millionen Einwohner hat. Man weiß auch, dass dieser absolute Herrscher, übrigens der letzte auf der ganzen Welt, 13 Ehefrauen sein Eigen nennt und einen obszönen privaten Reichtum im Gegensatz zu seiner armen Bevölkerung nach außen immer wieder zeigt. Wir wissen auch, dass die Hälfte der Bevölkerung von Swaziland HIV infiziert ist und dieses kleine Land die mit Abstand niedrigste Lebenserwartung in der ganzen Welt hat, nämlich 31 Jahre. Was viele nicht wissen ist, dass in diesem Land seit vielen Jahrzehnten Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für ihre Rechte kämpfen und dabei ständigen Attacken durch Polizei und Sicherheitsbehörden ausgesetzt sind. Es wird ihnen ständig das Recht zur Organisation von Gewerkschaften verweigert. Ihre Führerinnen und Führer werden unter fadenscheinigen Gründen inhaftiert und wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter von Swaziland den Kampftag der Arbeiter, den 1. Mai, feiern wollen, dann werden sie mit brachialer Gewalt von der Polizei daran gehindert. Soweit wir wissen, ist es bisher noch nicht zu einem Todesfall unter den demonstrierenden Arbeiterinnen und Arbeitern gekommen. Wir sagen aber, wehret den Anfängen. Denn wer Gewerkschaftsrechte verletzt, wer die Führerinnen und Führer der Gewerkschaften ins Gefängnis steckt und wer mit brutaler Gewalt gegen demonstrierende Arbeiter vorgeht, der ist auf einem schlimmen Weg. Und was wir hier nicht wollen, ist, dass wir irgendwann einmal eine Nachricht aus Swaziland bekommen, wo es heißt, dass einer unserer Kolleginnen oder Kollegen ums Leben gekommen ist. Und das ist der Grund, warum wir heute demonstrieren, auch hier in Berlin. Weil Gewerkschaftsrechte sind für uns Menschenrechte und das sind universelle Rechte. Die gelten auch im Königreich Swaziland.